Wo kommen denn diese Schnellgesetze her? Die kommen genau aus diesen halbstaatlichen, halböffentlichen, nie ernsthaft kontrollierten Gremien oder Organisationen. Da kommt das her. Und das wird dann blitzschnell über die Ministerien wiederum verfilzt, ein bisschen in familiäre Dinge hinein, verfilzt mit jeden Organisationen. Wenn man etwa daran denkt, dass der Staatssekretär Greichen eben seine Schwester und sein Bruder im Öko-Institut sitzen, eine dieser Einrichtungen. Und dann wird das gleich zusammengeschnürt, schnell in den Bundestag rein. Wir sind ja Ampel, wir haben die Mehrheit und ziehen die Dinge durch. Das ist keine Demokratie mehr. Das ist, ja, ich würde mal so sagen, das ist im Schnellverfahren praktiziertes Unrechtssystem. Also das Verbrennerverbot, nur mal als Thema, ist in der Agora schon 2016 postuliert worden. Und das sind die Dinge gewesen, denen ich dann in der letzten Legislatur versucht habe, auch auf den Grund zu gehen, um dann festzustellen, dass mir Angehörige verschiedener Fraktionen erklärt haben, sie wüssten gar nicht, was Agora ist. Das heißt also, führende Vertreter ihrer Parteien sind dort organisiert und dort tätig und Abgeordnete in den Fraktionen erklären mir, sie kennen das gar nicht. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die kennen es wirklich nicht, das heißt, man spricht nicht miteinander und hält es also auch in den Fraktionen geheim. Oder sie wissen es sehr wohl und lügen darüber. Vielen Dank.